Hier ist Lava. Ja, das auch. Das möchtest du nicht mehr sagen. Ja, das möchte ich nicht mehr sagen. Wo wir gerade dabei sind. Hier ist Eisen. Cool. Oh, ich habe hier Kies gefunden. Wo kommt der denn her? Gehen wir gleich mal mit den Kies. Wobei ich schon wieder Lava höre. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Mich? Entweder dich? Ne, ich habe Nick oder gefunden. Okay, mich hätte... Das hätte mich jetzt gewundert. Nicht, das ist unmöglich. Hier ist ein Skelett-Spawner. Oh. So. Schaufel lebt auch noch. Das ist gut. Ach. Schon wieder Eisen. Das ist nicht gut. Eisen und Gold. Nein, nein. Obsidian. Obsidian bedeutet Lava. Nein, bei mir Gold. Ja, aber das Obsidian ist über mir. Das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Ja, ich weiß, aber für mich ist es okay. Toll. Immer wieder gern. So, dann hole ich mir stattdessen einfach mal das Eisen. Sehr schön. Jetzt habe ich schon 26 Stück Eisen. Eisen. Da muss ich jetzt mal nachsehen. Wo würde denn das hinführen? Dort hoch? Hä? Aber ich... Moment mal. Oh. Dieses Obsidian. Da bin ich hingekommen. Graben wir uns da mal... Oh, das ist nicht... Das ist gar nicht gut. Gehen wir nach oben. Ich bin schon... Mein Inventar ist schon wieder voll. Pilze. Pilze sind auch immer gut. Ja. Lecker, super. Hm. Pilz. Pilz, super. Schub, schub. So, jetzt werde ich dann wahrscheinlich sogar gleich... ...noch mal nach Hause gehen können. Weil die Spitzhacke auch fast kaputt ist. Scheiße. Ist es gerade morgen? Keine Ahnung. Ich höre nämlich ein Skelett brennen. Oder hörte, es ist tot. Monsterjäger. Ja, es ist morgens. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ah, und wie ich sehe, hat die Tura schön geerntet. Wofür hast du die rote Beete denn gebraucht? Äh, die will ich nachher ansehen. Achso, willst du dir einen eigenen Garten machen? Mhm. Ich mache mir auch einen kleinen Garten. Ja, ich nicht. Ich habe den Dorfgarten, also der für alle gilt. Da beteilige ich mich auch dran. Und das sollte eigentlich reichen, denke ich. Da kann ich mich dann auch dran beteiligen. Sobald bei mir dann das ganze Zeug da ist. Ähm. So, Knochen. Monsterzeug. Diamanten. Schwarz. Nein, Schwarzpilber nicht. Äh, Redstone wollte ich hin tun. Ähm, Eisen auch. Aber Eisen ist nicht voll. Wir müssen also doch nochmal zurückgehen. So, Kies. Die Kieskiste ist voll. Das ist nicht gut. Und wir brauchen zwei neue Kisten. Scheiße. Ja. 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 Halbrecht leider nicht ganz. Scheiße. So, worauf die denn jetzt sind? So, jetzt muss ich nur noch wieder nach oben finden. Ach, das ist aber ein... Große so ein Gefahren. Nach oben finden. Das hat die Bader begriffen, Minecraft. Hm. Hm. So. Mein Lager ist definitiv zu klein. Ich muss das irgendwann mal größer machen. Jetzt sehen wir mal, ob der Fisch schon fertig ist. Ja. So. Das Inventat... Nein, ich hab den gebratenen Fisch. Muss ich hier wieder runterbringen. Boah. Runter von den Hüften mit dem Fisch. Ich hab jetzt richtig... einen richtigen Hunger auf Fisch. Ich will jetzt am liebsten Fisch essen. Ja. Aber nein. Wieso nein? Weiß nicht. Ich hab grad Lust auf nein. Steckerfisch, Fischstäbchen. Oder Bratfisch. Oder Backfisch. Ich würde auch... Boah. Da... Boah, da hatte ich jetzt so... Scheiße. Voll Lust drauf. Voll Lust... Voll Lust drauf. Oh. Hast du dein Haus eigentlich mittlerweile fertig gebaut? Äh... Fast. Fast. Sagen wir fast. Sagen wir einfach fast. Fast. Okay. Ich werd's mir nachher nochmal ansehen. Äh... Die Eingangshalle zum eigentlichen Haus ist schonmal fertig und da stehen Sachen drin, die eigentlich nicht dahin gehören. Ja, Sachen rumstehen, die eigentlich nicht hingehören, das ist eigentlich fast immer der Fall. In meinem Haus hatte ich eigentlich auch ein sehr schönes Lager geplant und mittlerweile ist es einfach zu klein, dass überall nur noch Kisten rumstehen. Oh, ich brauche... Ich war da, glaube ich. Die Schaufel muss ich... Die Schaufel muss ich auch noch machen. Tatsache. Da werde ich das, glaube ich, abtrennen. Und zwar hier. Geht nicht, da ist Kohle. Ist die überall Kohle? Jetzt ist die weg. So, jetzt endlich. Ja, wo trenne ich das denn dann ab? Ja, ich könnte das doch hier abtrennen. Fertig. Abgetrennt. Naja. Äh, gut. Dann graben wir hier weiter und jetzt ist dann auch gleich die Spitzhacke kaputt. Aber noch hält sie. Das hält immer noch. Was ich sehr toll finde. So, jetzt ist sie kaputt. Ja, dann muss ich dann nachher eben nochmal nachsehen. Ähm, ja. Jetzt bin ich gerade eben erst runtergekommen und muss schon wieder nach oben. Aber genau das habe ich ja so erwartet. Nachdem ich ja wusste, dass die Spitzhacke fast kaputt ist. Habe ich Eisen? Nein, ich habe jetzt leider kein Eisen mehr bekommen. Schade. Aber ein bisschen Kohle. Zwei, ich hatte die ganze Aufnahme fast nur in der Mine. Ja. Jetzt ja. Wir spielen ja schon seit fast zweieinhalb Stunden. Oh. Ah, und es ist Tag. Sehr schön. Und es regnet. Ja. Ja. So, wobei, ich muss nicht extra nach Hause. Äh, das ist doch eine Checo-Laterne, oder? Ich tu, hast du eine Checo-Laterne gemacht? Und ins, im Dorf reingestellt? Die steht ja doch schon länger. Ähm, ja, die Kürbel ist ja an sich schon, aber das ist eine Checo-Laterne, die da rum reingestellt hast, das wusste ich nicht. Surprise, surprise. Oh, das kostet jetzt schon fünf Erfahrungspunkte. Oh, das kostet jetzt schon fünf Erfahrungspunkte. Oh, der Amboss lebt immer noch. Der lebt immer noch. Scheiße. So, das nächste Mal sind es dann acht Erfahrungspunkte. Die hätte ich sogar noch. So, runter, runter, runter. Und das war zu schnell. So, das hier muss weg. Ja, Redstone. Ja, das Eisen warte ich noch. Dann geht es jetzt weiter mit der Lava. So, und ein bisschen Beleuchtung brauchen wir ja auch. Gut, dann fangen wir hier hinten an. Da ist Lava. Da auch, da auch. Äh. Das ist überall Lava. Ja, nicht. Sehr schön. Dann kriegen wir das Eisen. Oh, da ist, da ist Lava. Und bearbeitet dabei es auch. Gut... Gut. Gut. So. Moment mal, so weit bin ich doch noch gar nicht. Ich muss doch immer noch diese Ebene erstmal wegmachen. Ich finde es echt unglaublich böse, wenn Lava bis in den Bedrock runter geht. Die ist nämlich echt sehr blöd wegzumachen. Oh, nicht gut, gar nicht gut. Das hört sich irgendwie nach Lava an. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nicht gut. Hey, Lava, ist Lazzuli? Nicht gut, gar nicht gut. Nein, nein, nein. Wo bin ich denn hier überhaupt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.